Während Pietro Lombardi seinen Fans zuletzt offenbarte, dass er aktuell eine noch unbekannte Frau datet, sprach die Love Island-Kandidatin Melissa jetzt über ihr Date mit dem Ex-DSDS-Juror. Bei der Reality-Show verdrehte die 24-Jährige nämlich zahlreichen Zuschauern den Kopf, und auch Piet bekundete damals öffentlich sein Interesse an Melissa, weshalb es wenig später sogar zu zwei Treffen der beiden kam. Doch der Belladonna-Interpret stellte wenig später klar, dass er noch nicht bereit für eine neue Beziehung sei. In der kommenden Folge der TV-Show Kampf der Reality-Stars soll Melissa nun erstmals selbst über ihr Date mit Pietro Lombardi sprechen. Bei dem Spiel Wahrheit oder Pflicht stellte Melissa, wie Bild berichtet, nämlich klar, mein schönster Kuss im Leben war mit Pietro Lombardi. Bereits kurz danach bereute Melissa ihre Offenheit jedoch, da diese nicht mit dem Sänger abgesprochen war. Sie sieht aber auch keine Chancen, eher für sich und Piet. Auf Bild-Nachfrage scheint der 28-Jährige mit der ganzen Sache aber ziemlich locker umzugehen. Ja, es stimmt, wir haben uns geküsst, ich kann ihre Aussage verstehen, eine Frau mit Geschmack, erklärte Pietro Lombardi so stolz. Wie diese Aussage der einstigen Love Island Teilnehmerin wohl bei Pietros möglicher einer neuen Flamme ankommt. Wie diese Aussage sehen wir, dass sie in der neuen Flamme ankommt. Wenn ihr noch einen Stimme im Auftrag des ZDF für einstigen, muss man sehen, wie wir Zum Schmack im Auftrag des ZDF für einstigen,